Würde Chayenne Ochsenknecht ihrem Bruder Jimmy verzeihen? Zwischen Jimmy Blue Ochsenknecht und seiner Familie herrscht schon länger angespannte Stimmung. Jimmy weigert sich, seine eigene Tochter als solche anzuerkennen, was besonders für Ärger sorgt. Seine Mutter und Schwester wollen seine Tochter Snow Elaine und deren Mutter Jellis Kok in die Familie einbeziehen. Deswegen gibt es fast keinen Kontakt mehr zwischen dem Musiker und seiner Familie. Doch das scheint Chayenne nicht wirklich kalt zu lassen. Auf Instagram wird sie gefragt, ob sie Jimmy die Hand reichen würde. Ihre Antwort fällt simpel aus. Ja, würde ich. Damit scheint sie nicht die Einzige in der Familie zu sein, die Jimmy vermisst. Auch Mama Natascha Ochsenknecht zeigte sich bereits oft unzufrieden mit der aktuellen Situation. Im Podcast Hoppe Hoppe Scheitern gab sie zu, schon einige Tränen deswegen vergossen zu haben. Sie möchte ihren Sohn trotz allem nicht aufgeben und glaubt an ein zukünftiges Wiedersehen. Jimmy Blue und Jellis waren von 2020 bis 2021 ein Paar. Noch vor der Geburt ihrer Tochter trennten sie sich, kamen aber zunächst gut miteinander aus. Erst als Jimmy mit Laura Maria Geisler zusammenkam, verschlechterte sich das Verhältnis. In einem Statement auf YouTube betitelte er sich selbst als unfreiwilligen Erzeuger seiner Tochter und sieht sich nicht als ihren Vater. In einem Statement auf YouTube betitelte sich das Verhältnis. In einem Statement auf YouTube betitelte er sich die Er Saberung auf richtig Solid yönest something downtown. In meiner Tatfache ... ...